Die Sendung wurde live untertitelt. Und ich wusste, du weißt, was ich sagen werde und das bevor auch nur einer von uns irgendwas gesagt hat. Und ich hatte das Gefühl, nichts davon kann schief gehen. Äh, hi. Hi. Wenn es etwas gibt, was du unbedingt tun musst. Du aber gleichzeitig weißt, dass genau das absolut unmöglich ist. Ich hab's dir doch erzählt. Du weißt, was er für mein Leben bedeutet. Weil es nicht von uns gewollt ist. Sondern es passiert einfach mit uns. Es passiert. Es passiert eigentlich. Wir haben dich. Und das ist es gut. Es passiert. Und das ist es.